Liebe Schüler, willkommen zu einem Tutorial, wie erstelle ich eine Datei und einen Volumenkörper, den man dann später auch im 3D-Druck verwenden kann. Anhand des Psyters möchte ich euch hier das ganz kurz erklären. Ihr seht auch noch hier hinten die Dinge, die ich euch zugesendet hatte, über den Server. Und zwar, wenn wir diese Stücke jetzt hier einbauen möchten, klicke ich sie einfach an alle oder man kann es auch anders aktivieren, indem man einfach einen Rahmen drumherum zieht. Dann habe ich mir das Ganze gleich als Gruppe zusammengefasst und dann kann ich hier einfach mit dem Verschiebenwerkzeug draufklicken und kann mir das hier herziehen, genau auf den Punkt, wo es sein sollte. Ich hoffe, damit hättet ihr quasi einen Großteil der Aufgabe erledigt. Bitte gebt einfach auch mal diesen Psyter in Einzelstücken ab, denn, und das möchte ich jetzt bemerken und betonen, diese Stücke sind alle noch einzelne Gruppen. Wenn man ein 3D-Modell erstellen will, dann muss man aus so einer Komponente oder Gruppe, hier, ich ziehe das mal zur Seite, muss man daraus einen Volumenkörper erstellen und das tut man eben, indem man eine Gruppe erstellt. Vorher waren es Einzelteile, da konnte man das Ganze noch so verschieben und verzerren. Das war quasi noch beweglich wie Ton, eine unverklebte Masse. Aber, wenn ihr das Objekt dann dreimal angeklickt habt und gruppiert habt, dann hat es so ausgeschaut, dass es ein blauer Rahmen drumherum war und dann war das da wieder eingeklebt. Ich werde das jetzt wieder mal rückgängig machen. So, dann, das werde ich wieder herstellen soweit. Das wäre eigentlich unser Objekt, das wollten wir fertigstellen in diesem Jahr. Jetzt will ich euch nur noch kurz zeigen, was ihr mir bitte alle macht. Das wieder mal rückgängig machen. Und zwar sind diese Teile ja alle jetzt einzelne Gruppen und man kann sie wirklich hier ausblenden. Und dann sind sie zwar verschwunden, aber sie sind trotzdem gespeichert. Hier ist der Bassbalken und so weiter sichtbar. Und auch den könnte ich zum Beispiel anklicken und mit der rechten Maustaste ausblenden lassen. Dann kann ich hier durchschauen. Sehr praktisch in SketchUp. Und wenn ich das wieder einblenden will, gehe ich wieder auf Bearbeiten, Einblenden, Alle. So, aber ich will das jetzt auch wirklich für den 3D-Druck herrichten und jetzt erstellt ihr euch bitte in eurer Datei einfach eine Kopie, indem ihr das Ganze gruppiert. Dann geht ihr auf das Bewegen-Werkzeug, drückt die STRG-Taste und geht auf Kopieren und schiebt euch hier eine Kopie rüber. Und jetzt diese Kopie werdet ihr mir bitte als ein ganzes gruppiertes, zusammenhängendes Stück herstellen, aber als Volumenkörper. Dazu müsst ihr in Windows gehen auf Fenster, glaube ich, und Symbol leisten. und da müsst ihr dann den Punkt Volumenkörperfunktion anklicken. Ich arbeite gerade auf einem Macintosh-Computer und da schaut das dann halt so aus. Bei den Windows-Computern erinnert ihr euch, wo ihr noch die einzelnen Hausansichten einblenden konntet. Das war der dritte Punkt von oben und da gab es dann die große Funktionspalette, die man sich einblenden lassen konnte und so weiter. Wenn ihr diese Volumenkörperfunktionen, die so ausschauen wie hier, euch eingeblendet habt, da gibt es so Körper und wenn man sich da drauf stellt, dann steht da äußere Schale. Und das bedeutet hier in dem Fall zum Beispiel, dass ich dieses Objekt nehmen kann und mit diesem verkleben kann. Ich hatte euch schon den Unterschied erklärt. Ihr erinnert euch, im Unterricht habe ich es kurz erklärt, wenn ich mir jetzt so einfache Formen wie diese zwei hier mal hergestellt habe und normalerweise verkleben die, wenn ich die jetzt hier so herum bewege. Ja, das will ich ja oft nicht, weil sie ja nicht gruppiert sind. Wenn ich sie aber gruppiere, dann sind es feste Formen, Flächen, die miteinander verklebt worden sind, die eine Außenhaut haben. Und hier auch zum Beispiel, wenn ich das jetzt gruppiere, dann sind es zwei richtige feste starre Körper. Manchmal will man ja auch zwei starre Körper miteinander verkleben. Und das tun wir jetzt, wenn ich jetzt die Körper einfach mal ineinander schiebe. Hier, ich fasse das mal hier an. Also ich gehe da drauf, dann suche ich mir einen Punkt hier an dem Objekt aus, zum Beispiel diesen. Und dann ziehe ich das hier rein. Und ziehe mir das vielleicht hier so hin. Vielleicht auch ein bisschen weiter runter. Und da, so, so, sowas. Ja, ganz egal wie. Und wenn ich mir das dann so anschaue, mal im Röntgenblick, dann schaut das so aus. Dann sind das zwei getrennte Körper, aber die sind noch nicht miteinander verbunden. Und um sie zu verbinden, brauche ich eben dieses Volumenkörperwerkzeug, was ihr euch jetzt hier heruntergeladen habt. Und wenn ich das mache, ich zeige das mal, dann klicke ich da drauf und dann gehe ich mal auf das erste Objekt hier. Es steht Volumenkörpergruppe. Wenn das nicht da steht, dann funktioniert das nicht. Klicke darauf und dann klicke ich auf das zweite Objekt. Klicke darauf und passt es jetzt auf. Zack. Und da sieht man richtig, wie sich auf einmal diese ganzen Körper richtig verbinden. Und so entstehen dann, man nennt diese Operationen, Buhlsche Operationen. Jetzt sind diese Sachen verbunden und das kann man auch sehen, wenn man den Röntgenblick jetzt ausschaltet. Und sieht richtig, dass hier die Durchdringungen, wenn sich Körper so durchdringen, diese Durchdringungen hier sichtbar sind. Und das ist auch der große Unterschied zwischen einer Pro-Version. Bei einer Pro-Version kann ich auch Dinge abziehen. Das heißt, ich kann wirklich wie beim Plus und Minus rechnen. Jetzt kann ich nur Plus rechnen. Aber bei der anderen Aktion, also bei den anderen Volumenkörperfunktionen, kann ich zum Beispiel auch diesen Körper von diesem Körper abziehen. Also wegnehmen. Und dann bleibt natürlich eine kleine Fläche über. Das also noch einmal zur Volumenkörperfunktion. Und dasselbe macht ihr bitte mit dem Psalter. Und zwar, ihr geht auf euren Psalter. Ihr habt jetzt diese einzelnen Gruppen. Dann klickt ihr sie an. Und dann verbindet ihr diese Stücke einfach alle miteinander. Zack und zack und zack. Und nachher ist das Ganze ein einziges Objekt. Die Rückseite nicht vergessen. Und immer wieder mal schauen, wo man ist. So und vielleicht noch diese. Jetzt sind alle miteinander verbunden. Hier in diesem Stück werden sie hier noch alle Einzelteile sind. Da ist alles jetzt ein Objekt. Und das ist deswegen wichtig, dass ihr das kopiert. Weil wenn man das jetzt speichert, kann man das nicht wieder rückgängig machen. Schauen wir uns das nochmal an im Röntgenblick. So, da seht ihr, dass jetzt alles richtig miteinander verschweißt ist. Quasi verklebt und verschweißt. Das kriegen wir jetzt nicht mehr auseinander. Und so etwas kann man dann auch wirklich im 3D-Druck bearbeiten. Also das ist bitte die Aufgabe, das auch dann wirklich so zusammenzufassen, dass man das als 3D-Datei hat. Speichert das bitte einfach als Datei ab und gebt es mir ab.